Mein Name ist Laura Kleckner, ich bin 23 Jahre alt und studiere Technische Kybernetik an der Uni Stuttgart. Gerade hier an der Uni Stuttgart haben wir die Möglichkeit über unser Formula Student Team, das Green Team, einen selbst entwickelten Rennwagen jedes Jahr auf die Straße zu bringen und dadurch, dass wir hier jedes Jahr einen neuen Rennwagen entwickeln, ist es schon sehr praxisnah, die Tätigkeit. Zum Abi hin war mir eigentlich auch klar, dass ich was Technisches machen möchte. Wir haben Mathe, Physik, gerade in ganzen naturwissenschaftlichen Sachen eigentlich immer Spaß gemacht und da habe ich mich informiert. Und dann habe ich mir im November hier am Studieninformationstag gerade besonders technische Kybernetik angeschaut und dachte mir, das ist vielleicht was für mich. Die Mobilität der Zukunft definiert für mich, dass wir uns nicht nur darauf fokussieren, Privat-Pkw zu elektrifizieren, sondern auch den öffentlichen Personennahverkehr mehr und mehr entweder hybrid zu gestalten oder auch doch zu elektrifizieren und da einfach mobilitätsmäßig mehr Möglichkeiten den Menschen zu bieten von A nach B zu kommen.